Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Hero Wars. Das werden wir mal starten. Runtergeladen hatte ich das ja schon letztens, vor zwei, drei Wochen war das. Keine Ahnung. Naja, Vollbild und fortfahren. Das Witzige ist, äh, das Witzige, ich weiß nicht was, hm, ich hatte meinen Level 20 Account wiedergefahren. Hat er letztens nicht den, oder? Ich weiß es nicht mehr. Wir haben heute vor, wir machen die Dailies fertig. Und, schauen wie lange das sauert heute. Arena. Arena ist ja eine Dailie. Oh, Kraft. 600. Ich habe mein Fenster auf, ich habe Ventilatoren, also wenn es, wo ist denn Musik? Okay. Ich höre keine Musik. Was ist los? Ah. Ich glaube ich weiß was los ist. Was ist wir? F? Was hat das... ? Vielen Dank. Was war das? Beginne an der Expedition. Okay. Es soll ja nur eine beginnen, daher. Da war gerade was. Drei Minuten. Ah, geht nicht. Grün geht nicht. Blau geht. Fünf Helden. Ich dachte mal, hier wäre Musik gewesen, aber irgendwie, ich höre hier keine Musik. Beginne vier Expeditionen. Hm, ich glaube, das kann ich mit vier erstmal noch vergessen, weil ich nicht mehr so viel habe. Ich habe nur noch drei. Ich stecke die Straßenräuber nieder. Da ist der Tank. Aber irgendwie bringt er nichts bei mir. Dann gehe ich jetzt auf Damage. Ah, Musik. Weil mit Damage, komm ich öffne mal ein bisschen weiter. Oh. 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 War das die Straßenräuber? Ja. Ein Artefakt verbessern. Da habe ich ja, nehmen wir den hier. Ich habe die letztens alle so weit verbessert, dass ich es jetzt nicht verbessern kann, so ein Mist. Weil ich kein Material jetzt mehr dafür habe. Hm, okay, dann schauen wir da nachher mal. Nutze 100 Energie, schaue 3 Videos, Erfahrungstrank benutzen. Was für einen? Egal, irgendeinen. Okay. Dann kriegt das mein Heiler. Geht gar nicht, alle auf höchst Level. Ah, scheiße. Truhe öffnen, die habe ich gekriegt. Gut. Ah, ich habe einen neuen Charakter. Endlich. Ja. 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 Tausches Maragd einmal ein. Gehen wir mal zum Shop und aus dem Glücksrad und drehen einmal. Ach, nur einmal. Scheiße. Kämpfe dreimal in der Arena, einmal haben wir schon. nur Damage Dealer, ein Heiler und an einem Support da drin. Jawoll, das war ein perfekter Sieg. 30 Sekunden warten, bis dahin können wir was anderes machen. Verbesser eine Fähigkeit eines Helden, befördern, jawoll, auf Level 6. Hm. Das haben wir noch schönes hier, schließe 10 Missionen ab. Ach, den Arena Kampf noch machen. 8.000, 2.000. Gut, ich habe 6.200, äh 6.600, der hat 6.200. Nehmen wir natürlich den schwächsten. Die ist stärker geworden. Ich probiere es jetzt mal mit, ja. Ich nehme die hier weg und nehme die dafür. Ich hoffe, du bist jetzt sehr gut. Ansonsten bist du wieder raus. Schauen wir uns den Angriff an. Ah. Scheiße. Scheiße. Das wird nichts. Oder? Ja doch. Boah. Gut. Haben wir auch geschafft. Ähm. Wir schließen jetzt die 10 Missionen ab. Ich probiere ja überall 3 Sterne zu holen. Hier ist ja schon überall alles mit 3 Sternen. Habe ich ja letztens mal schon gemacht. Ich glaube, ich nehme den Tank wieder raus. Wie fehlt der Damage? Okay. Ah, okay. Oh. Hm. Och. Das war's. Okay, geschafft die Runde, aber nicht mit drei Sternen. Soll ich trotzdem, bis ich den erstmal habe? Oder ich schau nochmal kurz nach. Okay. 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 Ta, 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 ta. Okay. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Starten. Sammeln. Oh, ein Mikro war noch runtergefallen. Ja, nochmal reingehen, gucken. Da war er noch. Achso. Das öffnen. Keine Schlüssel mehr. Oh. Ja, jetzt ist der Ding ins Weg. Schauen wir, was wir jetzt machen können. Ach, ich wollte zu den Hellen gehen. Ja, den könnte ich jetzt auf 22 machen. So, dann geht noch nicht. Die ersten sechs Charaktere mache ich auf 24, die ich nicht so oft brauche. So, lasse ich erstmal auf den Level. Soll ich auch die ersten sechs die Fähigkeiten verbessern? Okay, geht gar nicht mehr. Okay. Artefakt kann ich verbessern. Jawohl. Verteidigung kriegst du eigentlich bei dem Tank besser gebrauchen. Ach, das ist so. Die hier. Na gut. Gehen wir zur Kampagne wieder zurück. Schauen jetzt mal. Der ist nicht mehr der stärkste. Der ist nicht mehr der Kampagne wieder zurück. Der ist nicht mehr der Kampagne. Der ist nicht mehr der Kampagne. Der ist nicht mehr der Kampagne. Oh, mein Tank ist tot. Und ohne Tank. Der ist nicht mehr der Kampagne. Deine Das war's. Ohne Tank geht das. Hm. Da kommt jetzt der nächste dran. Oh, ein kleiner süßer Affe. Mit einer Schlange in der Hand. Hey, was für ein Krack da? Ohne ich hab. Ohne ich hab. Ohne ich hab. Ich vergesse mal das Auto einzuschalten für die Fähigkeiten. Das probiere ich gleich nochmal, fang von vorne an mit dem Auto, so, Autotrinder. Jawohl, das sieht schon besser aus. Nein, doch nicht. Schon wieder keine drei Sterne. Ich bin so traurig. Ich schaue mal nochmal die Helden. Was können wir machen? Was brauchst du hierfür? 1,4, da kriege ich Würfel. Okay. Dann suchen wir mal schnell das Bergzeug, dort die Würfel. Das geht wahrscheinlich ganz schnell. Habe ich noch nicht gekriegt. Kapitel 27, dann machen wir das. Gibt es ein bisschen mehr Punkte. Gibt es nicht mehr Punkte. Gibt es nicht mehr Punkte? Da sind sie doch. Okay. Befördern. Haben wir den jetzt grün gemacht. Machen wir den hier nochmal. Hm, da muss ich erstmal die Sachen finden. 3 von 3, 3 von 3. Heißt das, da gibt es keine mehr, oder? Gehen wir nochmal hier rein. Auto einschalten. Und gucken. Und gucken. Und gucken. Ja. Jawoll. Und wieder die Würfel. Ups. Außer sie auf den Kopf gekommen. Schauri. Ähm. Jetzt noch das hier. Muss ich einmal das finden. So. Bis demain. Auf. Για. Ja. Das war's. Das war's. Und jetzt muss ich das finden. Dann kann ich das eine Teil herstellen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Nein. Nochmal. Ich brauch die Lampe. Das war's. 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 Nice. Erstellen. Und. Ausrüsten. Befördern. Okay. Ich sag mal. Nur noch den noch nicht. Ein grün. Ach Mensch. Das braucht der auch die Würfel. Okay. Mitten in the face. Middle in the face. Jawohl. Und der Würfel. Nein! Wo ist der Würfel hin? Ich trübe auf Raid. Ach, geht nicht. Da nicht. Was ich nicht, der die Leer macht. Was ich nicht. Was ich nicht, der Sie in der Wurzeln. Ich kann mich, der Sie noch was verletzt. So, ich bin einiges, ich Yous. Je bin einiges, der Sie Commonwealth. Das war's. Wir müssen uns nicht darauf achten, Wir müssen uns des Lebens. Da sind sie doch wieder. Gut, dann gebe ich ihm meine Würfel. Und was braucht er hier? Zwei von drei nur noch. Ah, okay. Auto einschalten, nicht vergessen. Okay. 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 Nein, war nicht dabei, oder? Nein. Ich brauche Pfeile und die Lampe. Ich brauche Pfeile und die Lampe. Ich brauche Pfeile und die Lampe. Nein, immer noch nicht. Jetzt steht da 0 von 3. Ah, ok. Ich kann die nicht mehr angreifen. Es war diese schwere Quest, wo man solche Charaktere verspielen kann. Gut, und wir brauchen die Lampe nochmal. Ok, gab es nicht da. Ich muss jetzt bei dem mal gucken. Ich kann aber nur gucken. Ok, jawohl, da ist er doch. Erstellen und anlegen und befördern. Blub, 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 blub. Nice. Aber ich denke mal, jetzt habe ich die Quest auch fertig. Drei Stück bestimmt. Oh, sogar mehr. Eins. Drei. 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 Vier. Drei. Ich brauche noch, drei Stück zu machen. Die ja nicht. Also die nochmal. Energienutzung. Und ich muss noch die fertig machen. In Gang. Warum ist die noch in Gang? Die ging doch nur 6 Minuten. Ich kann das hier vorspulen. Na gut, dann nutzen wir noch die Energie. Ich werde, ich wollte gerade sagen, den holen, den habe ich schon geholt. Wow. Dann werde ich hier nochmal die restlichen Sterne holen. Den restlichen Stern. Das sieht schon viel besser aus als vorhin. Jawohl. 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 Und die Quest ist immer noch nicht fertig. Ich wollte auch den, nicht den machen. Ich habe mich da verdrückt. Ich habe mich da nicht aufgelenkt. Ich habe mich da nicht aufgelenkt. Ich habe mich da nicht aufgelenkt. Ich bin ein, ich bin ein. Das war's. ganz knapp jetzt muss er noch die restliche energie verbraten alles am Ende was ist hier drin, eine verbrauchend, eine truhe ok und hier haben wir noch Queste fertig jetzt gehen wir wieder auf die Quest verbessern den Skill eines beliebigen Helden einmal ich möchte den Skill nicht verbessern dann machen wir lieber den hier Stärke so teuer Beginne vier Expedition bei der einen bin ich ja noch drin oder die muss jetzt aber fertig sein in Gange ach das geht fünf Stunden und der neunsturm killer verrückt verrückt das kann doch nicht sein wenn wir zur Daily gehen können wir ja nur noch die hier machen öfter eine Truhe das ist neu dazu gekommen ok da brauche ich diese fünf Helden ich habe den einen muss er jetzt alleine kämpfen der ist Level 25 ich bin mal gespannt das könnte vielleicht ein bisschen interessant werden ich kenne den Boss nicht ne das schaffe ich nicht das klappt schon mal ein halbes Leben weg jetzt hat er mal ein halbes Leben weg jetzt hat er mal ein halbes Leben weg ich bin gerade auch erst bei seinem halbes Leben um wow Helden verbessern. Hm. Da drinnen könnte ich ihn finden. Ich habe zwei Stück von ihm. Ich brauche 18. 18! Damit er einen zweiten Stern bekommt. Ich probiere ihn noch einmal kurz was aus. Ich probiere ihn noch einmal zu befördern. Der ist ja jetzt nur noch grün, danach muss er ja eigentlich blau sein. Wenn das geht. Das Schild habe ich auch. Erstellen, anlegen, befördern. Das ist doch gar nichts geändert. Ach doch, der Tier. Level 26. Okay, mal schauen, ob das jetzt was bringt. Das sieht glaube ich schon ein bisschen besser aus. Ja doch, das werde ich jetzt schaffen. Ich habe jetzt ein halbes Leben weg. Ja jetzt auch gleich meins, jetzt hat er meins weg, mein halbes Leben. Oh, jetzt haut er auf. Ah, super. Truhe öffnen. Kastenlos. Dreimal? Oh nein. Ich habe Diamanten ausgegeben. Gut, 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 besiegt, öffnen. Brauche ich nicht öffnen. Brauche ich nicht öffnen. Schön. Drei Truhen darf er öffnen. Okay, warte, geh nochmal zurück. Bitteschön, drei Truhen geöffnet. Ah, ist noch mehr öffnen? Die wollen mich für verarschen. Dann mache ich lieber hier die Energie weg. Da kann ich nicht mehr angreifen. Das sind 6 NRG. Da. Oh, schon wieder. Was ist denn los mit mir? Der Nachtarbeit Tischmikrofon ist, wenn man sich dann gegen das Mikrofon kommt und das fällt um, dann knallt es. Los! Go, go, go! Noch einmal. Ich kann auch den hier nehmen. Nein, kann ich nicht. Dann wäre es noch zweimal. Aber ich nehme nur noch einmal. Keine Kunde, deswegen. Ich bin nur noch einmal. Okay. Quest fertig. 300. Also, jetzt schauen wir mal nach. Videos möchte ich nicht machen. Expedition dauert noch 5 Stunden. 7 Druhen. So viel Diamanten habe ich dann nicht mehr. Und das wird irgendwie immer mehr. Also bin ich fertig für heute. Ich schaue nochmal nach, ob ich hier ein Paket habe zum Abholen. Da habe ich eins. Sammeln. Okay. Das Zeppelin, das Luftschiff. Da, habt ihr gesehen. Da gibt es auch nochmal eins. Einmal öffnen. Super. Und. Da ist Quest. Da ist Quest. Hier sind nochmal Geschenke. Eine Truhe. Schön. Noch zwei Quests fertig. Auch schön. Oh, habe ich nur einen Charakter gekriegt. Den kann ich nochmal neu ausrüsten. Den auch. Und. Ah, ne. Die habe ich gerade gekriegt. Da fehlen mir noch 10, äh, 6 Stück. Ich muss 10 Stück haben. 4 habe ich. Gut. Dann habe ich. Ja, auch alles soweit fertig. Ja, das war's. Gut. Dann werde ich jetzt das Spiel verlassen. Dann halt anders. Schließen. Dann werde ich mein Ticket abrühren und würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal wenigstens wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.